Soll ich die Aufnahme auch starten? Du könntest, wenn du möchtest. Du könntest, wenn du möchtest. Ich könnte, wenn du möchtest. Und ich will es. Ich will es, Leute. Servus. Willkommen zurück zu Minecraft Islands. Yes. Die Minecraft Inseln. Ihr dürft heute raten, welche Sprache ich oder welche Sprache ich Minecraft umgestellt habe. Hurensohn. Das dürft ihr raten, Leute, weil die so geil seid. Guck mal, Maxi. Guck mal den Ertrag von unserer Monsterfalle. Oh toll, das kann ich essen. Eineinhalb Stacks solches Fleisch. Rotten Flesh. Ja. Ihr ahnt schon, welche Sprache es ist. Rotten Flesh. Bone. Gumwood Planks. Slag Sheepskin. Canoe. Weed Seeds. Sto. Sto. Blu. Iron Song. Also ihr könnt ja mal raten, was das für eine behinderte Sprache ist. Deutsch. Deutsch. Also, ratet mal schön, Leute. Ratet einfach mal. Schreibt es in die Kommentare. Beteiligt euch auch mal hier aktiv an diesem Let's Play und schreibt es mir in die Kommentare. Wäre echt toll. Das würde uns freuen. Daran kann sich dann der liebe Fensterkiller wieder aufgeilen. Genau, meinem YouTube-Money. Ja, ich verdiene auch YouTube-Money. Ah, nein, ich verdiene noch nicht irgendwas. Scheiße. Was tut die Monetarisierung eingeschaut? Ich hab das gar nicht eingeschaut. Äh, ich hab's ausgescheut zurzeit. Ausgerundet. Because of... You motherfucker! You left it free! Du, Johansson. Jetzt muss ich's umbringen, das Fisch. Hast du mich gehört oder so? Ich arbeite bei Peter, du Tiertöter. Beim Peter? Er arbeitet beim Peter? Na, weil der hat eine komische Tierorganisation. Wieso? Beim Peter. Was mit der Petra? Aua! Ich schluck jetzt mit dem Pflug. Nein, Alter, der Buur. Mit dem Pflug. Ja, so heißt das. Oh, fuck. Ist das? Stone Pick Act? Nein, 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 mit dem da. Mit dem da. Mit der Ho. Bringt er hin. I'm here, I'm here. Ach, mit dem Pflug. I'm nearly here, okay. I'm nearly, I'm nearly here. Wir brauchen, äh, Melonen. Oh shit, stimmt. Das ist jetzt auch ein Numberon-Konzern. Da brauchen wir aber auch so einen Dschungel. Oder Dungeon. Wie, der Herr wird im Dschungel. Oder Dungeon. Äh, Dschungel? Dschungel. 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 Wir sind sehr britisch. Wir sind so britisch, dass wir nicht ins Heartland gehen. In einem Stalking, yes indeed. Ja, das ist meins, so Spacko. Ah, hab ich kaputt gemacht. Nein, hab ich nicht kaputt gemacht. Ist ja egal, ich brauche es ja nicht mehr. Es ist ja egal, ich brauche es ja nicht mehr. Ich brauche es ja nicht mehr. Ich brauche es ja nicht mehr. Mir war zu wüscht. So, Freunde. Freunde. Freunde, Freunde. Seid ihr schon draufgekommen und auf welcher Sprache ich das umgestellt habe? Am Ende vom Video sage ich es euch. Lol, eine Redstone Blutspur. Cool. Where the fuck is a Redstone Blutspur? In unserem alten Tunnelsystem. In deiner Euden. In ihrem Tunnelsystem. Die feiert mich gerade selber. Ich klopf da virtuell auf die Schulter. Pff. Wer ist das? Das war aber für der Scheisswitz eigentlich. Ich hole mir noch ein bisschen einen... Gravel. Er heisst sogar Gravel. Wow. Den brauche ich nämlich für meine Strasse. Für mein Strasse-System. Autobahn-System. Autobahn, ja. Genau. So ist es. Ach, du bist da unterirdisch. I'm underirdisch. Nein, ich bin nicht unterirdisch. Ich bin unter Wasser. So. Auf die Schulter geklopft. Hast du mich geschlacht oder was? Ich hab, ich hab dir auf die Schulter geklopft. Du hast mich geschlagen. Mich geschlagen. Du hast mir geschlagen. Du bist da bin Laden. Du hast mich geschlagen. Was? So. Oh, scheiße. Ich hab's auch ja voll. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Ich hab's auch. So müsste man mal ein Let's Play machen. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Ja, ja, ja. Ich hab's auch. Ich hab's nicht mehr lang. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Oh nein, Leute. Es wird nicht wieder so aushaften wie die letzte Folge. Bitte. Bitte. Von da her oben schaut's ziemlich gut aus. Das ganze zeigt. Wenn jetzt mein Hunger da hört. Und... Where are you? Where are you? Da. On top of our island. Looking down onto the sheep farm. Looking down onto the sheep farm. That's awesome. I'm not gonna you harm. Was? Ich wollte einfach nur irgendwas, das sich auf sheep farm reimt. Aber es gibt nichts was hier auf sheep farm. Aus dem sheep farm, rrra-rra-rra-rraam-t. Rram-rraam-rram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram. Das motion blur von dem shader ist so overdrive. Was? Das ist einfach schlimm. Overdriven? It's so overdriven. Yes, ist überfahren. I can't... ... cope with that. It's so overdriven. It's so overdriven by your Mother. und er luft was hat der mutter kann luft so es ist so hot in meinem zimmer das ist wegen meiner präsenz ich meine es ist ganz normal und beim hosenkotter ist es nur hotter war der war mega scheiße nur um wieder mal so product placement zu machen oh jetzt googelt jeder hosenkotter ich glaube die haben wieder mal internetpräsenz ich weiß gar nicht scheiße bueh such mal hosenkotter aber warte kurz muss ich kurz aus dem hosenkotter gehen es muss einfach es muss hosenkotter geben das blende dann bei dir ich kann es leider in den eilen weil ich habe keinen zwei auf dem Bildschirm aber du hosenkotter hast schwech hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh eine möhre ist fertig aber dafür will ich mich auch widme ich mich euch euch oh der ausschnitt aha ist ja schlecht der ausschnitt ist schlecht doch die haben internetpräsenz von dir die haben da internetpräsenz ja ich bearbeite es gerade so schlecht mit 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 Ok. Schleicht. Und hier seht ihr mein Islands Part 12 Upload, der jetzt fertig ist. Ungefähr. So. Ich hab den Part 12 und 13 schon lang hochklorn, du Opfer. Ich nicht. Haha. Weil ich scheiße bin. Ach, weil du scheiße bist. Schleicht. Schleicht. Leute, wir sind so behindert, aber irgendwie macht es uns Spaß, oder? Ja. Es macht uns Spaß, behinder zu sein. Nein, eigentlich machen wir das. Weil wir Geld dafür kriegen. Also ich zumindest. Also eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Haha, was? Alter. Wieso ist da eine Treppe? Wofi, wenn du das sechst, ich bin nicht der einzige unlogische Mensch auf dieser Welt. So. Das sind halt die Holze. Was zum Teufi? Barbie. Barbie. Barbie, was? Ist ein Ofen. Und das Inventar ist Backpack. Ja, das ist cool. Was zum Teufel. Jetzt kannst du das eigentlich auflösen, was das für eine Sprache ist. Ist die Folge schon vorbei? Nein. Nur lange nicht. Dann löse es nicht auf. Time for some music. We're playing... Irgendwas. Irgendein Scheissdreck. Warte kurz. Wir spielen... Wie säen? Es ist Zeit für La Musiker. Es ist Zeit für La Musiker. J'aime La Beat. Alter, was machst du da für den Drake? Ok. Was machst du für den Drake? Bübler, das kannst du nicht machen. Scheiße. Fensterfalle, diese Fensterfalle, diese Falle zu Gemüte führen, das ist ja sehr, sehr geil, die Falle. Na ja, aber die ganzen Zombies, also erstens, der spawnen fast überhaupt keine Zombies und zweitens ist die sehr ertragslos. Und ich muss den zweiten Stock jetzt einmal abreißen, weil der spawnt nix im zweiten Stock. Im zweiten Stock dauert mich keiner hin. Naja, weil da gibt's kein Freibier. Scheiße, Ruhe. So, jetzt wird das zweite Stock abgerissen. 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 Oida, so eins von den ersten Let's Plays, die ich gesehen habe, jemals gesehen habe, war, also erstens mal Assassin's Creed 2 von CK. Ich weiß nicht, ob es den alten türkischen Let's Planner gibt. Nein, ich weiß gar nicht, ob er türkisch war, ich glaube eher nicht. Gibt's? Ah, stimmt, das ist ja schon ewig hier. Hast du das auch geschaut, du Depp? Nein, wir können den Let's Plays. Loll. Der, glaube ich, ist immer noch aktiv, oder? Ich weiß vielleicht gar nicht. Der ist noch aktiv, glaube ich. Ich muss immer wieder vorbeischauen, den habe ich eh abonniert, glaube ich. Den habe ich ewig schon abonniert. Nein, Assassin's Creed 2 und dann natürlich auch Risen. Risen 1. Und ich weiß noch, mir ist die Grafik damals so brutalst vollkommen. Also, ich habe mir so gedacht, oida, fuuuuck. Welches Risen? Buu, das erste. Ah, oida, das habe ich auch noch. Aber das... Das hast du, oh mein Gott. Das habe ich, ja, ja. Ich habe jetzt auch um Scheiße. Schleicht. Ey, ich habe so eine Computerbild-Spieler-DVD, du kannst das auch installieren, glaube ich. Mach du dir ernst? Ja. Ja, mega geil, Leute. Da habe ich Risen 1 drauf, glaube ich. Ja, ich glaube schon, ja. Das ist mega geil. Ich schieb dir kurz, ja, die VD. Ah! Na, tu ich nicht. Aber ich kann das jetzt einmal gaben und da könnten wir ein Let's Play machen. Aber wir haben so viele Pläne, um Let's Plays zu machen, die wir wahrscheinlich nie durchbringen werden. Na, mit Sicherheit. Ja, also, das ist eine... Aber wir verräumen jetzt noch nichts, aber ein Let's Play möchte ich schon gerne machen. Es hat mit Bürgermeister sein zu tun. Boah, du möchtest nichts verräumen, du Idiot. Es ist... Und ein anderes Let's Play hat mit was anderem zu tun. Ach, wirklich? Es hat mit was anderem zu tun. Es hat mit Autos zu tun. Und mit einem Diebstahl von Autos. Mit einem großartigen Diebstahl von Autos. Ah, der ist echt großartig. So, jetzt sagen wir eigentlich... Jetzt ist es auf Schwedisch schon gewesen, dann war das ein bisschen undercover früher gewesen. Ja, auf Schwedisch sage ich dann einfach so, ja, ja, dann jettet doch ein junger Mann. Ungefähr so, weil ich einfach kein Plan habe, was ich sonst sagen soll. So, Freunde, es ist time to fuck, oder? Na, oder auch nicht. Fail. Was? Barley? Barley? Ist das dein Ernst? Barley, was soll ein Barley bitte sein? Ähm, Raps oder irgendein anderes Getreide ist das? Raps, das ist ein Drohat, ja. Ein Drohat. Ein ganz andermals Drohat. Drohat. Für alle preußischen Zuschauer unter uns, unter uns, ja, die euch zuschauen. Ähm, ein Drohat, das ist, das ist, das ist ein Wurz, ein Drohat ist ein Wurz. Ein Drohat ist ein Wurz und das wird, ja. Und ein Drohat, das müssen wir dreschen. Aber dann kommen ein Kerndl aus. Und die Kerndl, die kommen dann melden. Und dann macht man Brot. Da macht man dann ein Brot draus. Und dann gibt's ein Drohat, das dem kann man ein Bier machen. Und das ist dann ein Gersten. Ein Gersten. Alter, was. Schön. Ja. Kultur und die die Leute mischen. Ja, wahrscheinlich. Bring jetzt ein Bogen um. Bring. Ich bring dir das um. Ein großer Schaf. Amokläufer. Bitte, bitte. Nein, das meine ich natürlich nicht. Bring doch keine Leidung. Doch, du Spaceputospieler. Du bist ein Amokläufer. Ja. Super. Super. Well done motherfucker, oh Alter, ich bin fast tot, no, no, you not do this, you not, you not do this. Ich bewirf ihn mit Eier. You, you not do this. Alter, ich hab, ich hab, ich hab nicht mehr vor ihr Leben, ich hab nicht mehr vor ihr Leben. Get the fuck out of me. Was passiert eigentlich, wenn man auf so weisse, bunte Schafe drauf springt? Was passiert eigentlich, wenn ich dir ein Pfeil in den Hinterkopf schirrst? Ein Feuer auf die Schafe drauf. Leute, ich brauch was zum Phrasen, ich verwachse nicht mehr. Ich hab was zum Phrasen. Du kannst das Zombiefleisch Phrasen. Ja, ich phrase gut das Zombiefleisch. Ach Freunde, läuft bei mir, oder? Top. Aber wir haben Spaß dran. Das ist doch das wichtigste. Was? Genau. Ihr seid uns scheißegal, Bros. Bros. Oder Hose, whatever. Ich hätte lieber Hose als Bros. Mal ganz ehrlich. Und warum der PewDiePie immer seine Bros da mischt, ist mir schleierhaft. Ja, er ist für Gender. Stay away from me! Für Gender Equality. Ach so. Er ist für Gender Equality. Gender, Gender, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Doch mal die behinderte Schallplatten wieder eine, oder? Die werde ich die ganzen Leute schon nerven. Die Schallplatten wieder anzudrungen. Ohhhh, das ist eine Musikkriege. Das ist eine Schallplatten. Eine Schallplatten, die an einem, an einem Eck hat's eine Eck. Also ein, ein Viertel von der Schallplatte ist eckig. Oder quadratisch. Und die anderen sind rund. Das ist eine behinderte Schallplatten. Ein Safti, muss man das jetzt mal kurz anschauen. Ist das echt so? Nein, aber das ist ja keine behinderte Schallplatten. Bist du Depp, warum sagst du's denn dann? Jetzt kommt ein Schloffer. Du hast es ja schaust auf die Uhr. Ich kann sleep, the neighbors are having a party. LOL, ich kann sleep'n. Ich kann auch sleep'n. Voll geil. Also, Leute, da die Folge ja bald zu Ende sein wird, ich sag's jetzt einfach. Es ist... Australian English. Australian English. Aua, ich hab bloß noch mein Herz. Buah! Buah, 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 buah. Heu mir das Herz. Buah! Buah! Buah, buah, buah. Woher aufmachen? Ich verrig's sonst. Heu. Laubert nicht so'n Drake. Kann Spuren von bayerischen Dialekten enthalten? Mhm. Uu, ich, der mein so bot. Um genau zu sein, nur der bayerische Dialekt hat und von, von, von Pastor, geh. Ja, ja. Aber ich muss sagen, der, der Dialekt variiert auch schon, ähm, in, in so einem regionalen oder lokalen Bereichen. Zum Beispiel die einzelnen Städte haben schon unterschiedliche oder einzelne Familien. Du meinst Felshof und so, oder? Ja, die haben schon unterschiedliche Dialekte. Ja, ist echt so. Das ist nicht interessant. Ich grüße dich. Ah, da ist er, da ist er. Da ist sie. Hallo, das ist die Amanda. Amanda, wie bist du heute? Wie bist du heute? WTF? Nein, du hast ihn, du B****. Du hast ihn, du B****. I hate you. Du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn. Ich hab's gleich hergenommen. Ich hab's hergenommen, hab's gegen den Baum gehofft und bin genau gleich gehofft, wo ich gehofft habe. Du Spass. Du, was bist du für ein Depp. Wie kann man das End finden damit? Ja, wir haben ja noch zwei oder sowas. Ah ja toll, mit zwei finden wir sicher das End. Ist schon klar. Das End haben wir doch schon mal gefunden, oder? Ach, am Anus haben wir das End. Wir haben das End schon mal gefunden. Okay. Ja, aber wir werden es noch mal finden, weil... Buur, ich hab auch halber das Herz. Buur. Wenn ich stirb wegen dir, dann buur ich die so richtig durch. Was? Okay. Ähm. Auf jeden Fall. Du alter Burenländer. Was? Das ist in Afrika drunter, ein Burenland. Südafrika. Schön. Ja, ich hab nämlich, äh, von... Wie hat der Hund so genossen? Amen. Von W. Rabe. Wilhelm Rabe. Stopfkuchen gelesen. Das Buch. Müsst ihr euch unbedingt zu Gemüte führen, wenn ihr lebensmüde seid und sterben wollt. Ah. Weil das, das tötet Gehirne ab, das Buch. Das tötet Gehirne ab. So wie mein Kampf. Das ist wie Desinfektionsmittel für, für Gehirnzellen. Buur, ja. Ua. Ua. Alter, mein Kampf. Ist so ein scheiß Trick. Das ist halt jetzt wieder frei erhältlich. Ja, Ab Januar, glaube ich, oder? Na, so ein Trick da, der soll ja gar nicht erhältlich sein. Doch! Ich möchte es lesen. Du möchtest, du möchtest, Meinen Kampf von Adolf Hitler lesen? Ja. Und ich sag jetzt ganz öffentlich und ich sag jetzt, dass ich ein Nazi bin. Nein, bin kein Nazi. Ohohohohoho. Das bullen-Sony. Das schirrst du gleich. Das schai über das FBI bei meiner Schule vorbei. Ich bin auch gar nicht radikal. Das schirrscht du gleich, doch! Ich habe ein halberes Herz, warte, 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 oder ein ganz Herz. Get out of my sand, motherfucker. Get out of my sand. 3-60... 3-60-no-scope. 3-60... Oh, ich bin fast tot, hör auf! Hör auf, ich stirb, ich stirb. Ich kreise auch nicht. 3-60-no-scope. Wenn ich meine Maus setze, tippe die ganz auf, ich stelle, dann wird es einfacher, wahrscheinlich. Bleib einmal stehen. Nein, ich bin fast tot. Bist du deppert? 3-60... Ja! Ich mach's nicht mehr lang, wuhl. 3-60... Get out of my side, motherfucker. 3-60... Au, fuck. 3-60... Das wäre gerade so schön aus, schon auf der Aufnahme. Wenn ich meine ganze Zeit tausend... Leiden, ich habe gehört, wir müssen mal die Folge beenden. Nein, das haste falsche gewählt. Nicht jetzt? Ah, 1-60... Doch, wir müssen... Wir müssen jetzt die Folge beenden, auf alle Fälle. Okay. Auf alle Fälle, weil sonst Arter ist aus. Genau. Ja. Oh, boah, ich habe ein Urherz. Bitte nicht. Hey, hinter dir sind Zombies. Oh, das ist aber nicht so gut. Hey, du hättest nicht Zombies. Ich größe dich. Ich sehe es. What the... You kicked the bucket. And Maxi failed once again. Was? Boah, ich kann nicht von meinem... Jetzt kann ich. Boah! 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 Boah, ich kann nichts einsammeln, weil ich rum bug. Oh! Oh, ich bug richtig rum. Schleaag! 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 Hey, Boah, du hast mich umgebracht. Das gibt so Rache irgendwann mal. Ich kick die irgendwann mal so runter irgendwo. Auf dem Server slash kick. Naah! Merci, Buu. Gut dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir beenden jetzt die Folge, habe ich gehört. Servus Leitz! Servus Leitz. Bis zum nächsten Mal. Jo. Feel good miteinander. Servus. Hurensohn. Jo. Boah! Jo. Was ist wichtig.